Schon wieder ein Champions-Field. Ähm, du. Ja. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Los Rockes die Ghost. Das Spiel beginnt gut, muss aber nicht gut enden. Wäre aber schön. Ähm, ich. Du bist vor mir. Was ist jetzt passiert? Ja. Kann das sein, dass mich einer der Spieler irgendwie... Warte mal, ich muss mich sehen. Kann ich mich sehen? Ne. Schade. Geil. Ach ja. Ich komme hinterher, ich kicke den nach vorne. Naja, so ansatzweise. Deiner. Nein. Meiner. Jetzt komme ich nicht dran. Keiner ist am Tor. Doch, ich doch. Ja. Keinen Freirück zu machen. War einzig, was mir übrig blieb in Demo. Scheiß, Moment. Meine Entdrehung hätte ich auch nicht hinbekommen. Ja, da hat ein schönes Banner gehabt. Keinen Bus. So. Ja, schön. Jawohl. War es, wenn er vorbei wollen würde, ja. Er ist mal abgewartet, dass er schießt und dann... Hier und da musst du mal auf die Reaktion der anderen warten. Nein! Ich bin im Gegner-Tor. Ja, okay. So, bald kommt der Ball auch hin. Ja, aber ich wäre jetzt so oder so nicht angekommen, weil ich auf dem Dach... also halb auf dem Dach lag. Nein! Oh, doch! Oh, hollade, warte, wie ich das hätte nicht bekommen. Das flägt schon wieder bei mir so ein bisschen. Okay, wollen wir keiner von denen da haben. Wir warten ab. Du machst. Oh! What a save! Ah, kein... Ah, fuck! Typ ist... ja... Vorsicht, Ball kommt gleich! Ah... Ah... Ja, ist noch mal ein Ball drangekommen, hast du das gesehen? Ich dachte so, jetzt kommt er nicht mehr dran und dann... Ah, den hat er doch noch mal erwischt. Schade. Ich bin auch davon ausgegangen, deswegen bin ich nicht mehr nachgekommen. Ja, und ich dachte so, ja, jetzt fallen wir sofort und fangen den Ball ab, ne? Komm schon! Oh! Shit! Wäre ja nicht drangekommen, ne? Wäre schön reinkommen. Ähm... Radius zu groß, oder? Was war los? Ah, Radius. Und schon haben sie den Ausgleich. Äh... Ich. Ähm... Ah... Du müsstest den haben. Kommst du dran? Nein, äh, doch! Ich dachte, die werden schneller jetzt. Ah, fuck! Ich mach den Ball aber noch. Ich komm aber dran vielleicht. Na, scheiße. Den nur einen Pfosten bekommen. Ich komm auch immer dran, aber ich krieg den nicht mehr rein. Okay, dann ist's dran. Ah, scheiße. Was? Naja, äh... Der andere wollte auch ein Tor mehr machen. Der hat nämlich doch... Hä? Ach, der andere wollte ein Triple haben. Ach so. Du. Den krieg ich. Du müsstest nachmachen. Schön. Ja. Ja. Gute Vorlage. Könnt's noch packen. Verschrei es doch nicht. Ich habe ja extra gesagt können. Und nicht werden. Ja, und jetzt... Und jetzt können wir's nicht mehr. Jetzt hast du's... Jetzt hast du's gejinxt. Klar. Das ist, äh... Schon zu große Jinx-Power. Jinx-Power auf allem. Was ist das für'n Wort? Ja, das... Das heißt so. Das ist gejinxt. decid. Ich verarsche mich damit. Nein. Nehmein gesprungen. Was hast du denn? Warte, du hast dins. AAAAAAH. Nein! Ich bin doch nicht. Ich bin nicht der Ball. Nein, ich bin daneben. Kacke. Das war knapp. Da hat noch was zu weit weg. Bör mal kurz am Tor. Ah, shit. Ich bin wieder am Tor. Ah, shit. Scheiße, ich habe keinen Boost. Nein, ich muss... Ah. Oh, oh. Kacke. Oh, nein. Ich dachte, er geht an den Pfosten. Oh, man. Ich hätte ihn saifen können. Ich dachte, er geht an den Pfosten. Ich hätte... Ja, mein Schutt. Ich dachte, wenn ich den jetzt safe, wird der... in die Mitte gehen, dass du sagst, ja, der geht an den Pfosten und lasst ihn dann so fliegen. Jetzt holen wir uns aber eine Niederlage. Ich habe so schrien. Na, toll. Das werden wir verdienen. Das funktioniert nämlich nicht in dieser Weise. Es funktioniert nur in die andere Weise. In die andere Richtung. Urban Central. Okay, ich fahre. Wette? Ah brauche Bus Nein Super Demo springt der Typ auch noch Kriegst ihn weg? Ah Wurde wenigstens ein Typ noch ne Irgendwie war das gerade ein Feld, den hast du bei mir getroffen Bist aber irgendwie mit dem Ball so quasi da durchgeflogen Wie da durch? Du bist quasi durch den Ball durchgeflogen bei mir so ein bisschen Mit dem Ball bin ich durch den Ball geflogen? Du bist durch den Ball geflogen einfach Du bist einfach durch den Ball geflogen bei mir Okay Und dann hat der Ball so komisch vibriert Der ist nicht weggeflogen Der war praktisch so In deinem Wagen drinnen und ist einfach nicht weggekommen Oh man A Oh man A Kriege überhaupt nichts richtiges hin Das ist doch scheiße Wollen wir da vielleicht gleich ne Pause machen? Ja das finde ich gar nicht mal so verkehrt Keine Rainbow Keine noch Battlegrounds spielen Du kommst auf andere Gedanken wenn du ein paar Leute tötest Ja das hilft immer Gewalt ist eine Lösung Leute Alter ich habe seit zwei Minuten den Ball nicht mehr berührt Was ist denn jetzt los? Ich habe noch mal den Ball berührt Ich habe noch mal den Ball berührt Ich habe noch mal den Ball berührt Ich habe noch mal den Banner aufgelegt Mit Flammen Komm Da du ja nicht den Ball berührt Berühr ich jetzt den Ball Ach erster Ja und Ohne mich wäre der Ball ja schon wieder bei uns Oh ich habe nicht den Ball erster Ohne mich wäre das Erster bringt meistens gar nicht Denn Man kann nicht auch aufpassen dass der zweite Nicht auch noch fett berührt Ich dachte du Trickstehen Und deswegen springst du genau nach oder Was? Ich bin ein bisschen drüber gesprungen Weil ich weiter drüber wollte dann Damit ich direkt nachrücken kann Arne Arne ja in die Richtung treffe ich nur ich hoffe ich mache den Führerschein nochmal ich hoffe nicht mit dieser Fahrweise oder so ja boost in die Seite rein da ist ein Ball hin muss ich treffen tut mir leid dass ich gerade so was von scheiße spiele entschuldige ich auch bei den Zuschauern es tut mir leid zwei drei Folgen tut mir leid tut mir so leid vor allem für unseren Spezialfan ja danke ja Torschuss wer nicht war nicht in einer guten Position zu scoren aber um ihn zu safen Deiner Deine Deine Du saß Deiner und klaust ihn mir wieder ich hätte das Tor haupt da ein Fallrückstier machen ja Deiner ist klar ey man ich hoffe die Pause danach sowas schon dringend nötig ey nein oh Gott boah Deiner bin ich gleich die ganze Zeit in Ray Puck ich glaub den Charakter den der Typ als Profil hat den kenn ich ja ja Death Note ernsthaft der sieht aus wie der Typ aus wie Regular at Magic High School allerdings hab ich grad keine Ahnung wie der Typ heißt ich hab zu viele Animes geguckt das ist ein zu vieler Name wegen den Namen Light denk ich irgendwie an Death Note könnte auch sein weiß es nicht Death Note hab ich ja nicht gesehen ich auch nicht meinst du jetzt den Anime oder meinst du den Film äh Anime ja gute Antwort gute Antwort ahhhhhhhhh ahhhhhhhhh was du hast jetzt geweint weil ich gesagt hab du hast eine gute Antwort gegeben oder weil ich gestorben bin weil der Winkel so geil aussah in den ich hätte reinmachen können ich hab's aber achso das ist gestorben mir war dir egal ne doch deswegen wurde es danach noch stärker achso gute gute Antwort achso boah ich dachte schon der geht hier rein ich bin Raketenwerfer Errungenschaftsfortschritt ok noch nicht ganz aber ich da stand jetzt 214 von 200 irgendwas knapp aber du ja ey ähm wie wärs wie wärs wenn du jetzt nicht die ganze Zeit kacke spielst und mir den Ball klaust ja ähm muss ich nochmal überlegen ok ok nein ok also wenigstens hast du mir nicht den Ball geklaut aber ich hab ihn auch nicht verbanden können Mario ja nicht kacke spielen warum hast du mich da weggekickt weil da ein anderer Spieler kam weil da ein anderer Spieler kam ich hab den auch ein bisschen gekickt und davor musste ich nämlich den Ball safen ich glaube den Spieler den du ein bisschen gekickt hast der hat mich dann am Ende vernichtet ja ja aber der hätte auch grad eben Tor gemacht hätte ich das nicht verhindert ja da ist es keine Parade gewesen ich bin mir schon häufig aufgefallen wir hätten eigentlich schon viel höher verlieren müssen also bei manchen Games weil teilweise die Gegner auch ja gut wir machen auch die selben Scheiße nein boah voll im Schlag mitte nein ich hasse es ich krieg die scheiß Winkel nicht mehr hin Paul keine hier die eine Ah, der... Ah, schüt! Boah, wie schön er noch ist, so bei dem, dass er halb unten, ah ne, der war nicht unten drunter, er war ja durch, der war einfach schon schneller drin. Ähm, du. Ja, I know this. Ah, nein. Jetzt hab ich also nicht nur den Gegner ausgetanzt, sondern auch dich. Ja. Schiebung, da war ne Eiswand. Das ist der falsche Spielmodus, das ist nicht Rumble. Nice old fruit stick. Okay. Okay. Danke. Danke, fruit stick hab ich studiert. Kommst du dran? Nein, weil da direkt ein Gegner davor ist. Und du kommst auch nicht dran. Ah, fuck. Dreh dich richtig hin. Dreh dich richtig hin. Das Mitte Bitte Nein Zu weit vorne Ich war zu weit vorne Ich hab doch bitte gesagt So wie Mama es mir immer beigebracht hat Oh Gott Nein Okay, mach du Doch Das sind die sogar Du Jaja, ich seh schon wieder wieder Das Tor klauen wird Nicht klauen, ich hätte sie sogar weggeschossen, weil ich wieder seitlich dafür stand Ja, hab ich nicht noch verhindert Ich glaube auch wenn ich da angekommen wäre Also wenn ich den solchen Wege getroffen hätte, wärst du noch dazwischen gegangen Dann warst du nämlich da noch Hattest du nämlich noch diese Links Linksbewegung mit drin Ich hab voll Drift gemacht ey Fast and Furious Rocket Drift Nicht totgedrift, sondern Rocket Drift Das ist viel krasser Fast and Furious Rocket Buuuut Zerstörung Ich will dir nix sagen, Chris, aber wir haben gewonnen Oh, meine Passung wieder bei Kippkrieg Also wenn es jetzt passiert, dass wir jetzt doch von hier Ich sag dir alle zwei Sekunden machen wir jetzt ein Tor Das wäre zwar nicht möglich, aber Das wäre zwar nicht möglich, aber Wir haben kaum keinen Bock mehr Aber Das tut so gut nach diesen ganzen Niederlagen Endlich einmal gewonnen Endlich Ich bin das Odener mit Talent Oh mein Gott Wir haben es endlich mal geschafft Und vor allem das letzte Spiel haben wir gewonnen Ja Nicht als erstes, das war aber das letzte Das ist mir das wichtigste Oh mein Gott, endlich Ich bin erleichtert Was hast du gerade Ich bin einfach nur erleichtert, dass wir gewonnen haben gerade Okay, dann geht es in der nächsten Woche wieder weiter Bis dahin Ciao Ciao